Gute Arbeit. Ja, ich weiß. Macht eine Currywurst. Und? Wie geht's Sylvia? Sie ist froh, dass sie mit jetzt Schluss ist. Ich fürchte, sie muss sich noch ein bisschen gedulden. Ja, ich weiß, war anders besprochen, aber... Wir brauchen dich noch mal. Such den anderen Idioten. Ach komm, ich hab dir noch nicht mal gesagt, worum es überhaupt geht. Kann ich dir mal sagen, wovon es auch handelt? Hallo? Du kennst meine Meinung. Du schuldest mir was. Ich lass mich von dir ganz bestimmt nicht erpressen. Wenn ich jetzt schau dir das hier an! Mein Gott, werf doch wenigstens mal einen Blick drauf! Woher? Wie zur Hölle habt ihr ihn gefunden? Du suchst den seit Jahren. Du musst das jetzt machen. Das ist vorbei, Carla. Wenn du es schon nicht für dich machst, dann mach es wenigstens für deine Kollegen. Oder für mich. Ach, verdammte Scheiße. Jetzt bist du mir was schuldig. Eine Currywurst? Zwei. Mindestens zwei. Geht klar. Geht klar.